Ich freue mich sehr, dass Herr Schipanski heute zu mir gekommen ist. Er ist Mitglied im Ausschuss für die Digitale Agenda und bei Ihnen geht es ja nicht nur um die Themen, die die Digitale Agenda betreffen, sondern auch insgesamt um die Wirtschaftspolitik. Wenn Sie einmal sagen, was für Sie das wichtigste politische Ziel in diesem Bundestagswahlkampf ist. Ich glaube, wir haben drei große Themensetzungen. Das erste wichtige Thema ist, glaube ich, innere Sicherheit. Ohne die läuft gar nichts in Deutschland. Das zweite ist die Ausgestaltung der digitalen Gesellschaft. Ich glaube, da werden alle Parteien Entwürfe vorlegen. Und das dritte, ganz persönlich auch ein großes Steckenwert von mir, ist Innovation. Sprich, welche Investitionen in Bildung und Forschung machen wir weiterhin in Deutschland? Wenn Sie noch mal ein bisschen stärker auf die Themen eingehen wollen, wenn Sie sagen, das Thema digitale Gesellschaft, was verstehen Sie darunter? Was muss sich da ändern? Müssen die Menschen sich ändern oder muss man sich anpassen? Wie wollen Sie damit Bundestagswahl machen? Wir sollen die Digitalisierung menschlich gestalten. Und da gilt es jetzt, Entwürfe zu machen. Digitalisierung ist nicht nur Industrie 4.0, Arbeit 4.0. Das ist nicht nur Breitbandausbau und so weiter. Sondern es ist wirklich die Frage, wie werden Roboter und Menschen zukünftig arbeiten? Wie wird Arbeit zukünftig definiert? Wie wird das aussehen? Wie wird das unsere Gesellschaft prägen und ändern? Und dafür wollen wir Antworten geben. Wenn Sie das Thema Gründung und Gründerfinanzierung einmal anschauen, woran liegt es eigentlich, dass wir uns Deutsche damit so schwer tun? Ich glaube, das ist eine Mentalitätsfrage. Und das ist etwas, wo man schon in den Schulen anfangen muss, bei der Bildung anfangen muss. Wir fangen ja jetzt an, beim Thema digitale Bildung auch nachzulegen. Man muss den Leuten einfach Mut machen und aufzeigen, dass sich Gründen lohnt. Dafür haben wir verschiedenste Initiativen gestartet. Das müssen wir aber auch noch ausbauen. Und ansonsten, Ihr Verband ist ja auch sehr, sehr aktiv, was das Thema Wachstumsfinanzierung angeht. Ich denke, da haben wir in dieser Legislatur schon eine Menge auf den Weg gebracht. Kriegen Sie dieses Thema Gründer und diese Bereitschaft für die Gründer mehr zu tun, auch in die Köpfe der älteren Politiker? Weil Sie sind jetzt noch einer der jüngeren Generationen, aber im Bundestag sitzen ja durchaus welche, die mit diesen ganzen Themen nicht so vertraut sind. Die Älteren kommen mit dem Thema eigentlich jeden Tag in Kontakt, insbesondere auch über ihre Kinder, über ihre Enkel. Wir haben an den Universitäten Gründungsstudiengänge, wir haben Weiterbildungseinrichtungen, wir haben Technologie- und Gründerzentren. Und ich glaube, bei der jungen Generation haben wir den Mentalitätswechsel schon ein Stück vollzogen und die Älteren werden mitgenommen. Aber insbesondere mit Blick auf unsere Fraktion habe ich den Eindruck, dass dieses Thema da gut verankert ist. Was prophezeien Sie denn, wenn das nicht funktioniert, wenn man sozusagen diese digitale Revolution nicht auch als Chance begreift? Wir sehen ja, wie viele Branchen, insbesondere bei dem Thema Plattformen, verändert werden und wie viele disruptive Innovationen auf uns zukommen. Das wäre für uns verheerend, insbesondere weil wir ja im Automobilsektor sehr, sehr stark sind. Und wenn wir sehen, welche Veränderungen da auf uns zukommen, müssen wir mitgehen, müssen wir diese Digitalisierung auch mitgestalten. Ansonsten verlieren wir ganz stark an Wirtschaftskraft. Meine letzte Frage richtet sich so ein bisschen in die Richtung Regierung. Wenn Sie tatsächlich morgen Bundesminister werden könnten, welcher wollten Sie denn am liebsten sein? Wenn die Digitalisierung dann zu Forschung und Bildung dazukommt, dann würde ich wahrscheinlich Forschung und Bildung nehmen wollen. Ich glaube, das ist ein Geschäftsbereich mit einem tollen Haushaltsvolumen, mit stetigem Wachstum. Und Innovation ist der Treiber unserer Bundesrepublik. Und diese Innovation mit vorantreiben zu können, das würde mir Spaß machen. Ja, vielen Dank.